So, ja und damit herzlich willkommen liebe YouTube-Freunde, Zuschauer, liebe Abonnenten zu diesem ähm, ja, äußerst wichtigen Infovideo. Und ähm, genau, dieses Infovideo nehme ich jetzt aus zwei Gründen auf. Zum einen, ähm, ja, zum einen gibt es einige, ähm, eigentlich, ja, einige Punkte, die ich kurz ansprechen, beleuchten, erläutern wollte, wie auch immer, wie ihr das jetzt so sagen wollt. Und, ähm, ja, äh, zum anderen ist es irgendwie auch schon etwas länger her, dass ich überhaupt in dieses Mikrofon hier reingesprochen habe. Und, dann wollte ich halt einfach mal gucken, ob es noch funktioniert. Nein. Ähm, ja, also, ich mache dieses Infovideo jetzt mehr oder weniger ziemlich frei. Also, sonst habe ich ja immer nur geschnitten. Jetzt versuche ich halt, relativ wenig zu schneiden. Ähm, ja, aber egal. Ihr merkt vielleicht schon in meiner Stimme, dass ich halt, ja, dass die halt ein bisschen belegt ist. Das liegt daran, dass ich erkältet bin. Ja, ähm, wegen dem Wetterumschwung, äh, Wetterumschwung, ne, und so weiter. Heute ist ja irgendwie, ähm, bei mir jetzt jedenfalls der erste richtig, richtig schöne Tag seit Anfang des Jahres 2013. Und, ja, äh, kommen wir nun zu den Punkten, zu dem eigentlichen Teil dieses Infovideos. Ja, und zwar, wird es vielleicht den wenigsten schon aufgefallen sein, weil ich das ja irgendwie erst gestern oder so gemacht habe. Ähm, es hat sich dann jetzt auch, äh, in Bezug darauf auch keiner bei mir gemeldet. Also, sag ich es euch jetzt einfach. Ähm, ich habe mein Minecraft Let's Play abgebrochen. Und, äh, und die, äh, Folgen auf YouTube gelöscht. Plus, äh, die alten Let's Show Folgen. Ähm, genau. Das hat so einige Gründe. Und zwar, äh, zum einen wurde irgendwie mein Bedenken, äh, wurde ich, also, wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich die nicht bedenkenlos auf YouTube lassen konnte, auf meinem Kanal. Ich habe mir die nämlich nochmal halt so angeguckt und, ja, was soll ich sagen, ich fand sie halt nicht so prickelnd. Es geht wahrscheinlich manchen YouTubern so, dass, äh, anderthalb Jahre alte Videos einem dann nicht mehr ganz so gut gefallen. Also, vor allem, wenn man in meinem Alter ist. Also, es war, äh, ich bin jetzt zum Glück durch den Stimmbruch durch. Und, ja, also, das mir dann anzuhören, keine Ahnung, äh, also, es lag vor allem an dem Kommentierstil, aber auch an der Stimme. Und das kombiniert, keine Ahnung, ging irgendwie nicht. Also, das fand ich halt nicht mehr okay, was ich da vor anderthalb Jahren fabriziert habe. Ähm, genau. Also, ich war halt einfach nicht mehr zufrieden mit dem Let's Play. Und, ähm, ja, ein weiterer Grund war halt auch noch, dass ich mit der Welt immer unzufriedener wurde. Wir haben ja erst, äh, ich glaube, äh, wir haben ja nicht mal ein Gewächshaus oder irgendwie ein Beet oder so angefangen. Was heißt wir? Ich sage jetzt einfach mal ich. Ich habe das nicht angefangen, das heißt eigentlich schon in Folge 50, die aber, äh, jetzt nie mehr erscheinen wird. Weil es ja sinnlos wäre, ne? Ähm, genau. Und, keine Ahnung, mit dem Haus war ich auch nicht mehr so wirklich zufrieden. Das sah sehr abstrakt aus. Das, das sind jetzt irgendwie alles so eine Punkte, die mir, äh, von zwei oder drei Leuten aus dem Real Life schon mal, äh, gesagt wurden, gepredigt wurden. Äh, also, ja, an euch, falls ihr das jetzt seht, ja, 1 zu 0 für euch. Ich, jetzt backt euch ein Eierkeks. Ähm, nein, aber darum geht es jetzt auch nicht. Äh, ich habe es halt für mich entschieden. Und, äh, zum anderen war es ja auch so, dass ich mich total verzettelt habe mit dem Aufnehmen und Hochladen. Das ging irgendwie überhaupt nicht mehr. Also, die letzte, ähm, die letzten vier, fünf, sechs Minecraft-Folgen wurden im August, glaube ich, aufgenommen. Also, so vor sechs Monaten oder sieben. Eigentlich richtig schlimm und, ja, dann war das halt auch die Sache mit den Kommentatoren, dass das dann irgendwie negatives Feedback bekommen hat. Ich kann es halt immer noch nicht richtig nachvollziehen, aber ist halt so. Und, ähm, ja, also, demnächst werde ich dann, also, ich werde nochmal ein neues Minecraft-Let's-Play anfangen. Das dann auch regelmäßig auch, ähm, erscheinen wird. Also, ich werde das überhaupt jetzt etwas strukturierter machen. Also, ähm, mein Star-Wars-Battlefront-2-Let's-Play wird einfach so, äh, normal weitergefühlt, sage ich mal. Und ich werde auf jeden Fall mich bemühen, ähm, auch entsprechende Thumbnails zu meinen Videos, äh, hinzuzufügen, hochzuladen, wie auch immer. Aber, ähm, ich versuche dann halt jetzt so regelmäßig, äh, ungefähr drei bis vier, vielleicht doch nur zwei, aber so zwei bis vier Videos pro Woche hochzuladen regelmäßig. Das heißt, am Wochenende nehme ich dann halt immer auf und irgendwann am Nachmittag, wenn ich Zeit habe unter der Woche, lade ich dann halt die Videos hoch. Also, bedeutet, äh, vielleicht so zwei Minecraft-Folgen pro Woche werden kommen und ein Star-Wars-Battlefront-2-Let's-Play und dann noch eine Folge von Star-Wars-Empire-at-War, was ich ja jetzt auch anfangen werde, aber jetzt auch wirklich anfange und nicht nur ankündige und dann wartet das wieder, äh, dann lässt das dann wieder ganze, ähm, anderthalb Jahre auf sich warten. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall noch weiterhin auf, ähm, Star-Wars-Spiele fixieren, äh, Let's-Play-technisch. Ähm, ja, wie gesagt, habt ihr ja schon gehört, The Force Unleashed 2 habe ich bekommen. Ich werde mir dann auch noch, ähm, The Force Unleashed 1 zulegen und, ja, wie gesagt, die beiden Let's-Playen. Dann kommt ja demnächst auch hier, wie heißt es, Star-Wars 1313 kommt raus. Ist richtig cool, also ich, das ist, glaube ich, so ähnlich aufgebaut wie, ähm, Star-Wars-Of-Force Unleashed, soll aber irgendwie doch anders sein, keine Ahnung. Ähm, also ist auch so ein, ja, äh, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ich bin nochmal gespannt, wie das wird. Und genau, noch was, was ich sagen wollte, genau, also ich werde, ähm, meine Lego Star-Wars-Videos, die werden auch, äh, demnächst auf dem Kanal hier verschwinden, also auf The Clone-Walk 100. Und, ähm, die alten Lego Star-Wars-Videos, die jetzt verschwinden werden von The Clone-Walk 100, die lade ich dann nochmal auf The Clone-Walk 99 hoch und das wird dann mein, äh, mein Channel für Lego oder Lego Star-Wars, wie auch immer. Ähm, es wäre halt blöd, wenn jemand, der sich nur für Let's-Plays interessiert oder nur für Minecraft und auf Lego überhaupt keinen Bock legt, dann mich abonniert und dann lauter Lego Star-Wars-Videos bekommen, was heißt lauter, ich hab dir, ich hab das ja sowieso total vernachlässigt, also, das heißt The Clone-Walk 100.99 wird dann neben meinen Brick-Filmen auch noch Reviews, Mox und, äh, Lego-Updates und so weiter beinhalten. Das nur dazu. Ähm, ja, genau. Wollte ich noch was sagen? Genau, ähm, mein Brick-Film, ähm, der wird, der wird diesen Monat leider auch nichts mehr. Ähm, also ich bemühe mich auf jeden Fall, den noch so Ende Mai, Anfang Juni fertig zu kriegen. Also, ich weiß, dass ich ihn eigentlich schon mal vor einem Jahr rausbringen wollte, aber jeder, der mal einen Brick-Film gemacht hat, der weiß, dass das unglaublich viel an Durchhaltevermögen kostet und halt auch überhaupt an Zeit. Und, ähm, wenn ich die Bilder fertig habe, dann muss ich die ja alle noch so bearbeiten und so weiter. Ja, also, genau, also, äh, vom, von Let's Play, von Let's Plays her wird wahrscheinlich mein Channel in ein paar Wochen oder wohl eher in ein paar Monaten eigentlich wieder so wie immer sein. Bloß, dass da jetzt halt keine Lego-Star-Wars-Videos mehr zu finden sind. Ist natürlich jetzt schade für diejenigen, also, diejenigen, die mich jetzt halt nur wegen Lego-Star-Wars abonniert haben, die können mich dann ruhig deabonnieren und, ähm, dafür dann halt The Clone-Walk 99 abonnieren. Das wäre, ja, das wäre dann wohl das Günstigste für alle Beteiligten. Ansonsten, ähm, habe ich auf jeden Fall, äh, die Minecraft-Parodien, ähm, oben gelassen. Das wäre auch sehr, das wäre ja auch sehr blöd gewesen von mir, wenn ich die gelöscht hätte, weil wirklich super Feedback von euch kam. Vielen, vielen Dank an der Stelle an euch, Leute. Es werden auf jeden Fall noch weitere Parodien, also, sind ziemlich viele Parodien noch in Planung. Also, ich weiß gar nicht, ob ich die alle hinkriege. Also, wenn die qualitativ gut sein sollen, dann braucht, dann braucht das ja halt auch seine Zeit, ne? Also, müsst ihr verstehen, ne? Die letzte kam ja vor vier Monaten. Und, ähm, was noch auf dem Channel geblieben, ähm, mein eines Info-Video, oder besser gesagt, mein Schottland, äh, Reise-Video. Das habe ich einfach mal gelassen. Ich habe es ein bisschen überarbeitet, weil man da mein Face gesehen hat. Was jetzt halt auch nicht so toll war. Also, zumindest, als ich das jetzt... Ich meine, ich habe es ja nicht, äh, gemacht in geistiger Umnachtung, mein Bild da eingefügt, aber... Ja, keine Ahnung. Ich finde es jetzt halt nicht mehr so toll. Deswegen habe ich da jetzt nochmal eine Kopie über YouTube davon erstellt. Und, ja, das ist jetzt halt verpixelt. Also, mein Gesicht. Und, ähm, das 150-Abonnenten-Special mit dem Kürbis-Creeper, wo ich dann den Kürbis-Creeper geschnitzt habe, das habe ich auch oben gelassen. Weil, ja, bin ich irgendwie auch stolz drauf. Und, ja, ähm... Was gibt es noch zu sagen? Hm, ja, eigentlich war es das. Ähm, bis auf eine Sache, die mir da leider, ähm, passiert ist. Ich habe aus Versehen, ähm, die achte Folge von meinem, ähm, Star Wars Battlefront 2 Let's Play gelöscht. Das tut mir wirklich leid. Äh, ich werde mir überlegen, ob ich die Folge nochmal hochlade. Wahrscheinlich eher nicht. Weil ich ja... Kashyyyk im Prinzip, äh, nochmal wiederholt habe. Weil wir da ja, ähm, abgelost sind, haben. Abgelost haben. Genau, so ist es richtig. Ähm, und deshalb habt ihr da jetzt halt nicht wirklich... Also, keine Ahnung, deswegen, ähm, ist da jetzt halt nicht so viel verloren gegangen, bis auf mein Geschwafel vorhin. Also, vor der Folge 8 und, ähm, die Videosequenz vor der Schlacht. Ansonsten ist das andere ja in der, in, äh, Folge 9, wie wir gesehen haben. Also, ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal hochladen. Wäre irgendwie auch blödsinnig, ne, wenn man dann auf meinen Kanal kommt und dann erst Folge... Folge 9 und danach kommt Folge 8. Ja, ist halt so. Tut mir wirklich leid, also es war halt so ein Missgeschick. Ja, das war's eigentlich. Also, wie gesagt, ich werde dann nochmal ein Minecraft Let's Play von vorne beginnen. Und, ähm, welches Textual Pack ich dabei nehme. Ob ich dann jetzt nochmal, also das Normale nehme, also das Default oder... Einfach beim Misa-Textual Pack bleibe oder auch auf das, ähm, auf die Honeyball-Texturen umsteige. Gab ja da schon eine, äh, einige Empfehlungen, aber ich fand's irgendwie so ein bisschen zu comichaft. Aber es soll jetzt halt wieder RPG-mäßiger werden, habe ich ja gehört. Und ich stehe ja voll auf RPG. Deswegen habe ich ja auch das Misa halt immer genommen. Und, ja, dann... Auch das LB-Fotorealism. Womit dann meine Welt allerdings nicht mehr so wirklich schön aussah. Sah sie auch sonst nicht. Egal in welchen Texturen. Ich weiß, ich weiß. Ja, aber ansonsten war's das jetzt eigentlich. Äh, ja. Ich wünsche euch noch schöne Tage. Ähm, genau. Bis zu meiner nächsten Minecraft-Folge, beziehungsweise Star Wars Battlefront 2-Folge. Oder auch bis zur nächsten Parodie. Keine Ahnung. Ein, äh, eine, eine wichtige Sache gibt's noch zu besprechen. Und zwar, ähm, mein 200-Abonnenten-Special wird verschoben auf 300 Abonnenten. Also, es wird dann das 300-Abonnenten-Special wird dann dieses Special sein, was ich versprochen habe. Und ansonsten, ja. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.